So, willkommen zurück. Ich hab echt gedacht, weil da stand der Lord Last Safe Lade den letzten Speicherstand, hab gedacht man kann da speichern, ach naja egal Machen wir hier ganz spritzig weiter So, schauen wir mal hier weiter So, hier ist die Tür aufwärmen Mal gucken Was ist dahinter verbirgt? Ah, wir kommen auch nicht mehr zurück, ok Ah, das gehört sich nicht gut an Oh, hier kommen wir durch, oh ist hier dunkel Ah, warte mal hier ist auch noch nichts für Aber die ist zu, ok Ok, die muss ja offen sein, sonst würde es nicht weiter gehen, ok, ok Oh, Alter Der Strom ist heftig Alter, wo sind wir denn hier, ey, ist der Hammer So, alle Türen sind rot, da würde es nicht lang gehen Ähm Gehen wir mal hier hoch Ah, siehst du Ah, siehst du Kommen wir hier schon mal weiter, sehr schön Ah, die bleibt zu Ah, hier können wir nicht machen, hier können wir Licht machen Oh, scheiße, Pisse, ey So, siehst du jetzt auch, ne, die ist noch rot, aber die ist auch feuer Mann, liegt hier ein Haufen Schrott, ey Frag mich, wo ich hier bin, ey Na komm, da kommen wir doch vorbei, sehr schön Ah, zu fressen, sehr schön Hm Kommen wir hier noch lang Da ist zu Ah, da ist Wasser Da geht es auch nicht weiter Also geht es hier lang Zum Mielschacht hier, aber Geil Oh, oh, was war das? Boah, der Mielschacht macht mich schon fertig, ey Aber hier tausend Wege gibt es, ey Ist doch scheiße Na klar, ich spring da runter, na klar Aber vorher gucke ich hier nochmal Hätt ich mir den Kuchen sparen können, also müssen wir da runter Ah, Alter Ah, Alter, ich brauche ne Taschenlampe, Hilfe Ah, Alter, ich brauche ne Taschenlampe, Hilfe Na da heute zu Ich denke mal, wir müssen Hier lang Okay, jawohl Boah, der darf heute mich verraschen, ey Puh Witzig, ey Witzig, ey Hey Oh, Mann, ey Oh, Mann, ey Boah, ich liebe ja solche Games mal und nicht um halb zwölf abends, ey Oh, Mann, ey Da knallt die Bonne Da knallt die Bonne aber richtig, ey, da Boah Boah, Alter Alter, das ist doch krank Boah, ey Uff Boah Noo Na da haben wir noch nen Brief Schade, dass das echt englisch ist, ey, echt schade Oh nein, Alter. Wo kommt denn er her? Holy shit. Wir sind ja doch nicht alleine. Oh, Alter, mir knallt die Bohne einer. Aha, das nennt er, das ist abspeichern, ja, cool. Gehen wir einfach mal weiter. Ich liebe ja diese Geräusche, ey. Oh Mann, ey. Oh, fuck, ey. Muss ich jetzt echt da rin? Oh, shit, Alter. So, verpasicht jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm, bin ich einmal echt spannend. Oh, Alter, ich habe schon gedacht, ich wäre schon zu Ende, ey. Aber Pustekuchen, ey. Alter, ey, leg mich doch am Arsch heute hier, Alter, ey. Oh, Puh. Abspeicher wäre mal ganz cool. Oh, abgespeichert, sehr schön. Machen wir hier erstmal Stopp und machen in der nächsten spritzigen Runde weiter. Also, haut rein, bis dann. Okay.